Willkommen zurück zu SFS und es ist soweit. Das 1.53 Reentry Update kommt raus und zwar sage ich euch später noch, wann es rauskommt. Zuerst will ich euch zeigen, was alles rankommen wird oder im Update vorkommen wird und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Nochmal vorneweg und zwar habe ich die Sachen vom SFS-Discord-Server und vom YouTube-Kanal. Das heißt, ihr könnt euch das selber anschauen, wenn ihr wollt. Die erste Sache ist nur ein kleines neues Feature, aber ihr könnt sehen, es hat mit der Stufe zu tun. Und zwar kann man jetzt einfach die Sachen markieren, die ihr in die Stufe rein haben wollt und dann sind sie automatisch mit drin. Und ihr seht auch noch diesen kleinen Knopf neben dem X. Der ist wahrscheinlich dafür, Sachen zu kopieren. Die nächste Sache ist auch noch ziemlich klein, aber auch ziemlich interessant. Und zwar ist es so, wenn jetzt neben euch irgendwelche Sachen auf dem Boden aufprallen, dann wackelt der Bildschirm. Diese Sache ist ganz schön alt, sie wurde aber auch wieder hinzugefügt. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Und zwar ist es so, dass in der Mitte, wo die Nutzlastverkleidungen sich teilen, eine Linie war. Die wird jetzt wieder hinzugefügt und ich finde, es sieht eigentlich ganz, ganz cool aus. Und jetzt kommen wir zur Sache, auf die ihr wahrscheinlich gewartet habt, und zwar dem Wiedereintritt in die Atmosphäre. Ihr seht da die Kapsel, die glüht schon ganz schön. Und es gibt auch neue Effekte, wie zum Beispiel eben diese Grafik oder eben auch Geräusche. Doch Effekte sind nicht alles. Und zwar kommt noch etwas hinzu, nämlich die Zerstörung von Raketen. Und ich muss sagen, da habe ich ein bisschen Angst wegen meiner Atlantis-Raketen. Ich will die ja wieder landen. Und jetzt könnte es tatsächlich so sein, dass meine Raketen einfach auseinander fliegen, was natürlich nicht so toll wäre. Deshalb werde ich dann unbedingt noch ein bisschen testen müssen, bevor ich da auch weitermachen kann. Ansonsten seht ihr hier halt die Rakete, wie sie eben dabei ist, auseinander zu fliegen. Was natürlich auch hochinteressant ist. Das Video dazu wieder in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns das nächste an. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, aber jetzt gibt es das hier nochmal. Und zwar seht ihr, wie die ganzen Teile so ein bisschen angekokelt sind. Das wird jetzt bei jedem Teil so sein. Und ich finde, die sehen ziemlich cool aus. Aber man kann auch sehen, dass da der Treibstofftank eine andere Textur hat, die finde ich auch ziemlich interessant ist. Hier noch ein weiteres Bild. Und zwar seht ihr, dass die ganz rechte Seite von der Rakete ziemlich angekokelt ist. Und sollte es doch klappen mit den Atlantis-Raketen, dann wäre es ziemlich cool, wenn da überall so leicht angeräucherte Markierungen wären. Und um sich vor dieser Hitze zu schützen, gibt es jetzt auch noch Hitzeschilde. Und ihr seht, es gibt verschiedene Variationen. Und zwar von 4 Breit bis zu 12 Breit. Das heißt, ihr könnt auch jetzt einen richtig guten Rover zum Mars schicken mit einem echten Hitzeschild und echten Eintrittseffekten. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wann kommt das endlich raus? Ich kann es euch sagen. Und zwar am 10.12. kommt das raus. Also, wenn ihr das Video schaut, nächste Woche Freitag. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!